. . . . . . . Die Schweizer Rögal ist das beliebteste Instrument in der Schweizer Volksmusik. Und der Star im heutigen Hobtopäz. Über dieses Instrument gibt es viele zu berichten. und wir wollen auch schauen, wie es gebaut wird. Im Mittelpunkt aber natürlich eine Menge gute Schweizer Röhrgäli-Musik, nicht nur gute, sondern exzellente Schweizer Röhrgäli-Musik machen Sie. Und das sind Jahrzehnte der Eschmied und Brüder Martin. Musik 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 Musik